SPORTPLUG Hallo liebe Fußballfreunde! Vor wir uns heute dem Spiel zwischen TSV Gazebar und unserem Sportflug zuwenden, möchte ich euch noch diese großartigste Zufahrt zu einem Sprungplatz in dieser Liga präsentieren. Ein schöner Pass! Das war ein Mal. Das war ein Mal. Ich seh jetzt leider nie von hier. Oh! Die noch! Die noch! Ein! Was ist ab? Schön! Sehr gut! Komm! 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 Nein! 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 Komm! Uh! A.O.E. D.S.C. 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 A.O.E. A.O.E.D.C. A.O.E. A.O.E.D.C. 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 A.O.E.C. Röger drückt, drückt, drückt! Wir gehen da her! Ja! OÖ DSC! OÖ DSC! Mensch! Weiter, weiter, heilig! Weiter! Heilig! Nur noch zehn! Ja! OÖ DSC! OÖ DSC! OÖ DSC! Nur noch zehn! Ja! Ja! Und? Nein! 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 Ja! 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 Das war der Hälfte, bitte noch 10 Minuten. Elfmeterpunkt, ja. Jawoll. A.O.E. G.S.C. A.O.E. G.S.C. Schön. H.O.E. G.S.C. H.O.E. G.S.C. Nur noch 10. Schön. Suchlos wecker, 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 wecker! Tor, Tor, Tor! Wecker, wecker, wecker! Rot, Tor, Tor! Hinein, hinein, hinein! Hol, Hol, Hol! Wecker, hol, Hol! Jaaa! 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 Wunderschön! Und der Torschütze! Wuuu! Wuuu! Auswärts Sie! Auswärts Sie! Auswärts Sie! Auswärts Sie! Uuuu! Das kommt doch! Erstmal haben Sie das Spielfeld. Und? Einfach Fleisch. Einfach Fleisch. Der Torff Lenzenft Er ist noch nicht liebens. Die Räume ist noch nicht, ob er Sie sich imotte Cleanse. Dann! Der Torsch soll别en. Einfach, dass Sie in die Räume auf die Räume sein sehen können. Aber wir haben sie eine Freude,